Selig Vàhhur Seleus universo Vizugy this is unamb HR in packed and this das ist die ja das war schwierig aber ich glaube durch die balance könnten wir es schaffen ja Oh! 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 Oh, oh, oh! 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 Da bin ich halt auch mega sauer gewesen! Ja! Auf jeden Fall! Das ist ein Essen einfach. Guck mal Ihre Brüste an! Also! Guck mal, ich hab ein Mondgesicht. Farbfelsblock hinterlässt eine Spur aus Farbe, auf der keine Einheiten gebaut werden können. Sie vermindert sich rasch auf ungenutzten Flächen. Was ist denn an der... Ist an dem irgendwas... Ne, ich guck gerade, 1822... Das Gewicht ist halt total niedrig. Also ich nehm jetzt mal gerade wieder den Löwenfelsbrock. Wegen ordentlich Bums, weil das war bei der... Trulla war ja ganz schön... Ich nehm Tear mit. So das hier, Elefanten, Kühe waren egal. Ich bin mal teuer, nehm den teuren Ballon mit. Okay. Nehm die Mine natürlich mit. Ja. Gucke, dass ich mit den Sprungbrettern hab ich sehr gut arbeiten können bei dem Level das letzte Mal. Ähm... Und Türme. Nimmst du Türme? Dann müsstest du mit den Türmen arbeiten. Ja, muss ich gucken, dass es in der See ist. Und am besten bei dem See. Ja, was sind denn denn schon Dinger? Ähm... Das ist lau, ne? Das ist lau. So, okay. Ne, ich packe jetzt hier schon mal... Äh, warte, wo waren die Minen? Einfach ne Mine auswählen, dann siehst du es. Direkt am Anfang. Ach, warum wohnt ich hier nicht... Achso, ne, rechts und links. Dann nehm ich... Ich nehm links die. Okay, dann mach ich 80 Scheißen. Hä, wie soll ich die denn hin platzieren, wenn das Ding sagt, ich kann nicht? Na, einfach weiter weg. Achso, okay. Ja, dann versuche ich die mal zu beschützen, so gut es geht. Genau, ich stelle dir da einfach zwei Elefanten hin. Das sollte funktionieren. Okay, egal. Stellst du dann... Ja, ich kann nicht komplett drumrum bauen, deswegen ist das so ein bisschen hier. Genau, kannst du auf der anderen Seite bei mir hier irgendwie was hinstellen? Ich habe gerade hier Elefanten kaputt gemacht. Alles gut, alles gut. Achso, und das ist der Anfang, ne? Genau, das ist der Anfang. Ich gehe jetzt meine Sprungbretter setzen. Ich habe ja jetzt nicht mehr viel Kohle, deswegen will ich jetzt einfach... Dass ich mit dem Sprungbrettern wieder das gleiche mache wie beim letzten Mal. Genau, und ich werde mit den Elefanten dafür sorgen, dass die quasi kein glückliches Leben haben. Ich hoffe, ich kriege gleich genügend Geld für den Ballon. Die waren echt witzig. Direkt dahinter dann, damit wenn sie da rauskommen, richtig Probleme... Oh ja, Ballon. Ja gut, ne? Oh, Alter, da kommt dieses Kämpferfeld. Das sollte klappen. Das sollte klappen. Und ich fahre jetzt einfach... Also, sofort, wie es geht. Jetzt geht's! So, ich gebe mir Mühe. Oh, dort Elefanten. Elefanten sind halt GG... Oh, guck mal, der baut am Anfang... Der hat am Anfang einfach... Ja, Minen halt auch, ne? Oh Gott. Und diese Rammkühe, die werde ich einfach umhauen. Wieso wurde ich weggesetzt? Ich will das kaputt machen. Alter! Ich habe jetzt seine Ligen kaputt gemacht. Ja, ich jetzt auch. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und fahr an Busch. Oh Gott, ich brauche halt wirklich... Ich räume hier vorne auf. Ja, ja, alles gut. Ich habe... Oh, nee, nicht der Scheiß. Das ist Ramm, Birgi. Alter, ich habe einen Mönch getötet, euretwegen. Ich wollte nämlich gar nicht. Ja, ja, sagt das mal. Ist nicht, ist nicht. Bip, bip. Ja, ich bin da draufgerollt. Nein, Kratzlöwen. Hab einen, hab einen, hab einen, hab einen. Ja, hi. Kannst du behalten. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Oh, ich habe den Scheiß-Wahl kaputt gemacht. Ich kann mich nie bewegen. Lol. Okay, Doppelsprung. Muss mich retten. Alter. Sehr gut. Die bumsen mich gerade richtig. Ich weiß nicht. Alter, guck dir das an. Benz-Infinity und noch viel weiter. Ja, krass. Ich habe jetzt irgendwas übersprungen, glaube ich. Ja, du hast halt am Arsch der Welt jetzt. Voll, wie geil. Und halt schön in den Rambock rein. Blöder Pisser. Voll gut. Oh nein, da kommt ja die schlimme Stelle noch. Ja. Da kannst du rechts und links umfahren, ne? Ja, ne, ja, ich kann auch einfach durch. Oh ja, oh, du Scheiße. Hi. Hi. Na, was geht? Ich versuche ein bisschen Sneaky-Peaky. Oh Gott. Sneaky-Peaky. Nein. Oh, Wasser. Scheiße, Wasser, das ist nicht gut. Warum ist denn Wasser der natürliche Feind des Steins? Ach so. Ja, vorne, hier sind Ramböcke. Das ist halt voll Kacken. Ach. Nicht genügend Geschwindigkeit, aber ich habe noch 139 Schaden gemacht. Das ist gut. Ich mache gerade Wasserschaden. Ja, da sind vorhin die zwei Ramböcke noch direkt davor. Die konnte ich halt leider auch nicht alle beseitigen. Okay, ich gucke mal, ob ich das schaffe, weil ich bin sowieso im zeitlichen Verzug. Ich weiß nicht, ob wir noch Minen haben oder ob hat die weggemacht. Ne, unsere Minen arbeiten noch. So, ihr kleinen Kackvögel. Was ist denn? Der ist ins Wasser gegangen. Ja. Warte mal, der hat noch Minen. Aber nicht mit mir. Nicht mit dem Commander, Junge. Könnte nämlich schön... Oh, Kacke. Der hat doch richtig viel Geld gehabt. Ähm, ich platzi ihn mal hier an. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Ich schicke den hier hoffentlich in die Pump. Aber hier ist halt... Ich kriege halt keinen Schmackes drauf. Ja, ich habe... Haben wir da nie. Das war halt die Scheiße an der ganzen Sache. Deswegen war der eine Stein eigentlich auch... Okay, 100 Schaden. Das ist halt sehr wenig. Das soll einfach versuchen jetzt hier... Der soll versuchen, sich... Oh, das wird jetzt nicht... Der soll versuchen, sich durch meine Wand zu fräsen. Das wird ihm nicht gelingen. Das wird nämlich nicht so einfach. Das wird... Oh, ich kann rollen! Na, dann roll. Der rollt wird jetzt. Ich will halt am Anfang direkt wieder Elefanten aufbauen und so. Der hat halt gerade den Minen von dem so kaputt... Das ist nicht, ne? Okay. Also da dann wieder aufgebaut gehabt und ich halt... Hey, hör auf mich zurückzusetzen! Ich habe sehr wohl ein Recht, alles kaputt zu rollen, was der hier gebaut hat. Mehrere Minen... Oder habe ich mir meine eigenen Minen kaputt geräumt? Die machen wirklich meine Elefanten kaputt... Ne, du kannst deine eigenen Minen kaputt räumt. Naja, aber ich habe ja mal direkt die am Anfang kaputt gemacht. Die ist ja richtig. Ich weiß halt nicht, ob das so richtig ist. Doch, doch. Ich weiß nicht, ob das so richtig richtig ist. Ich weiß nicht, dass ich meine eigenen Sachen kaputt rolle. Nein, 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 das geht nicht. So, ich kann fahren. Ich fahre der... Also der Feind wurde am Anfang richtig schön gebomst. von Elefantenpenissen. Du meinst halt. Da sind Elef... Da sind Wale! Ne, nicht mit mir, Leute! Die Wale möchte ich kaputt machen. Ich habe die Wale kaputt gemacht. Walfang mit Frenz! Walfang mit Frenz! Walfang mit Frenz! Du bist aber kein Freund der Wale! Oh, ich kann... Mann! Oh, Gott! Fuck, 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 fuck die Fick, fuck! Genau! Scheißwasser! Fuck, 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 fuck die Fick, fuck! Aua! Mann, wir haben schon so viel Schaden genommen! Unser Tor, ne? Kacke! Und wir haben den dummen ollen Funzen noch nicht... Jetzt roll ich dich kaputt! Oh, 194 Schaden. Also ich muss sagen, da habe ich aber ordentlich gerade meinen Stein reingedrückt. Alles klar, hast du gesagt. Oh, da hast du aber auch nicht was gebaut hier. Nicht doch, oh Mann, oh, es ist immer dieselbe Stelle! Ich mache hier... ...Nu Funzen. Ich glaube, ich habe an unserer eigenen Minen kaputtgerollt. Nein, das geht nicht. Ich bin der Meinung, dass das geht. Ich komme da nie rüber! Ich wurde auch vom Spiel immer zurückgesetzt, was? Hört auf mich zu blitzen, ihr blöden Blitzis! Ich bin der Meinung, ich habe immer meine eigenen Minen kaputtgerollt. Das würde Sinn machen. Es ist nicht möglich, dass deine eigenen Minen kaputtgerollt sind. Aber ich bin immer von da gestartet. Hier, ne? Da. Das ist ja unser Spielfeld. Und dann habe ich immer das kaputt gemacht. Keine Ahnung. Ich dachte, warum was ist denn? Okay, ich habe 144 reingedonnert. Wir können es noch schaffen. Ich werde jetzt die Gegner richtig schön nerven. Die rollen halt noch nicht. Und ich kann nichts machen, denn ich habe kein Geld, weil die Minen nichts bringen, weil ich es kaputtgerollt habe. Ich schwöre, das waren unsere Minen. Ja, aber die hat der Feind kaputt gemacht. Doch, hundertprozentig. Woe ich dann rollen? Okay, los geht's. So, Elefanten haben es wirklich gebracht. Deswegen werde ich jetzt... Los geht's! Ich kann keine Elefanten mehr bauen. Okay, der Feind ist am Rollen. Das bedeutet, ich werde den Feind jetzt schön beschäftigen hier. Ja, solange du noch nicht am Rollen bist. Ich bin am Rollen. Ich roll das jetzt. Also, ich roll hier einfach rum rüber. Jawohl, Blitzen. Oh, deine Tiere! Deine Ballon-Tiere! Holy fuck! Die gericht ja ab! Ja, das war der Plan. Ey, ihr blöden Fickböcke! Lasst mich jetzt mal in Ruhe. Ich bin hier auch vorbei. Fickböcke, alles klar. Ja, die hatten dann ein bisschen Bock auf mich. Ich aber nicht auf sie! Oh, Junge! Oh, Schuss. Okay, wo muss ich denn jetzt hier lang? Oh, ja! Ja, der Tijon macht ja richtig alle rund! So, ich muss jetzt auch fahren. Isa, wenn du es schaffst, dann bummst dieses Tor kaputt! Ja, ich... 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 Ich bin jetzt ein bisschen... Ich bin jetzt ein bisschen... Ich bin nicht im Wasser! Sag ich doch! So, okay. Hattest du doch gesagt! Kacke! Oh, nee! Ich hab nicht so dollig viel Power, aber ich hab 129 Schaden gemacht, wenn du nur noch einmal dagegen bummst! Ich geb mir Mühe, aber ich werd hier geblitzt! Das ist das ist... Am Ende muss ich nämlich wieder hier alles zahlen gegen diese scheiß Ordnungswidrigkeiten! Was soll das? Entschuldigung... Blitzen, 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 blitzen! Yes! Oh, nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh Gott, 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 Franz! Ich weiß, ich bin dabei! Jetzt wie sieht die halt! Ich bin dabei! Ich bin... Ich muss dies schon! Ich laufe schon so schnell wie kann! Oi, oi, oi! Pass auf, gehst da! Seid lang! Nja, aber jetzt kommt meine Schwachstelle! Ahh! Ich hab ge... Der Freund dieser Rollen! Jetzt kriegt die Holt noch zusammen. Okay, okay. Chill, chill. Das wird was. Oh, Baba Yaga ist voll die alte Kackkuh, ne? Das hat mich halt auf der anderen Seite entlanggerollt. Oh, ja, ja. Okay, da vorsichtig rüber. Okay, okay, okay. Oh, Alter. Bumst dich, du scheiß Katapult! Jetzt voll dagegen springen. Oh, das... Nein! Nein! Isa! Nein, das wird nichts. Okay, ich versuche, ich versuche am Ende... Du musst ihn aufhalten. Ja. Du Dinge, ganz davor. Mach das irgendwie so eine Stunde warten, Windows. Danke. Oh, mein Gott. They see me rollin' the hidden fucking house. Ich muss das aufholen. Ich hab kein Geld, okay. Ich finde ich kein... Was ist der Feind? Nicht gut. Blitzen! Nein, der kam durch. Das wird wirklich kacke, Isa. Ich bin fast schnell, wie die Polizei mich nicht erlauben tut. Mich nicht erlauben tut. Du, was blitzt. Hör auf! Nein, nein, blitzt! Stürb! Stürb! Nein! 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 Ich mach's schon! Katapult schießt! Nein! Ähm, wir könnten eventuell ein Problem haben. Ähm, Hardcut! Nein, 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 nein. Macht der gerade was? Der Feind... Ich glaub, der Feind ist kaputt gegangen. Der ist auch kaputt gegangen. Der ist auch kaputt gegangen. Oh, mein Gott. Fahr! Fahr! Ich fahr mit! Fahr! 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 Ich fahr vorsichtig. Fahr! Fahr! Nein! Fahr! Ah, ihr dämlichen Kackböcke! Diese hohen Böcke immer. Ich will kein T-Shirt. Oh, Gott! Lass mich doch einfach noch... Ja, los! Fahr den Scheiß! Babayaga rum! Babayaga, schau! Ah! Alter! Oh! Oh, meine Nerven! Easy. GG. Oh, defuck. Oh, das war nicht schön. Also, ich mein, das war schön, aber auch irgendwie... Das war sehr... Boah, jetzt ist meine Zigarette. Und ich rauche nicht mal. Phönixbaum, regeneriert Flächen. Ui, toll. Ui, ui, ui. Gibt es noch irgendwas anderes dafür freigeschaltet? Nein. Nee. Nee. Töto esos- ! Aber neuroneta! Ja, die muss Mighty riskよね? Nee! Ja. No. Ja. Ja. Nu.